Hallo liebe Internetgemeinde, wir suchen zurzeit Staplerfahrer für unseren langjährigen Kunden in Hennstedt-Ulsburg. Ja, ein sehr ruhiges und freundliches Arbeitsthema erwartet euch dort. Wir haben einen Zweischichtbetrieb, der nur von Montags bis Freitags arbeitet. Wir legen dort sehr viel Wert auf Arbeitsschutz und auf ein sauberes und sorgfältiges Arbeiten. Ich denke, das sind alles Dinge, die einem Freude machen können, jeden Tag dort hinzufahren und dort seinen Job zu machen. Würde mich freuen, euch da präsentieren zu können. Meldet euch doch bitte. Danke!